Sie werden lachen. Es wird ernst. Haben Sie das mitbekommen? Letztes Jahr hat die österreichische Post um 22 Millionen Euro neue Autos bestellt. E-Autos. E wie endlich zugestellt? Nein, E wie Elektro. Prinzipiell gut, denn die Post will ihre Zustellung bis 2030 CO2-neutral machen. Hoffentlich nicht zustellungsneutral. Die Aufregung dabei, die Post hat 703 E-Autos der chinesischen Marke Maxus gekauft. Viele sehen darin einen weiteren Vorstoß Chinas in den westlichen Markt, verbunden mit der Angst, von China abhängig zu werden. So wie bei den Frühlingsrollen oder bei den Solaranlagen. 80 Prozent aller Komponenten für Solarpaneele kommen aus China. Genau, Japan ist das Land der aufgehenden Sonne, aber China ist das Land der aufgehenden Sonnenenergie. Wie sich Europa dabei fühlt? Solar-la. Entschuldigung. Gut, kommen jetzt verstärkt chinesische Autos auf den europäischen Markt, dann betrifft es auch Österreich. Schon lange ein Zulieferland der Autoindustrie. Die meisten Firmen produzieren in Oberösterreich und der Steiermark, hauptsächlich für deutsche Marken. Die fünf größten heimischen Unternehmen der Branche erwirtschafteten im vorletzten Jahr knapp 15 Milliarden Euro Umsatz. Das verführt manche Menschen dazu, seltsame Dinge zu sagen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, Österreich ist das Autoland schlechthin. Dennoch wird man sich im Autoreich Österreich daran gewöhnen müssen, dass Fahrzeuge auch aus China kommen. Vorbei sind die Zeiten, in denen schlecht nachgebaute Autos aus China im Westen als Reisschüsseln diffamiert wurden. Die neuen chinesischen Fabrikate liegen im jüngsten Innovationsranking an erster Stelle, sogar vor Deutschland. Die Welt ist so aus den Fugen, oder? Jetzt kann man sich nicht einmal mehr freuen, wenn die Deutschen verlieren. Aber die chinesischen Autos spielen mittlerweile jedenfalls alle Stügel. Da kommen sie sich vor wie im Kino. Das ist mehr eine Multimedia-Umgebung. Das ist mehr so ein rollendes Smartphone als ein Auto. Ja, künftig sitzen wir so nicht mehr nur am Handy, sondern im Handy. Ja, hoffentlich kann man dann wenigstens den Beifahrer stumm schalten. Dazu kommt, diese Autos sind um ein Eck billiger als viele westliche Modelle. Die Chinesen produzieren ihre Fahrzeuge über den Daumen gepeilt um ein Drittel preiswerter als wir hier in Europa. Und sie schauen gut aus. Hier das Modell Dolphin der Firma BYD. Ja, auch wenn das nur entfernt an einen Delfin erinnert. Das hat natürlich auch kein Loch im Dach. Ja, gut, der VW Golf hat auch kein Loch im Boden. Aber egal. China hat nämlich schon vor Jahren erkannt, dass es den Vorsprung westlicher Autobauer bei der Verbrennungstechnologie nicht aufholen kann. Stattdessen hat es auf die Energiewende gesetzt und auf die Produktion von E-Autos. Früher und konsequenter als die Mitbewerber. Daher verarbeiten chinesische Unternehmen auch die Hälfte des weltweiten Lithiums und kontrollieren ein Drittel aller Lithium-Minen auf der Welt. Denn Lithium ist zurzeit noch das wichtigste Element bei der Herstellung von Autobatterien. Dabei arbeitet China auch an neuen Technologien, etwa der Natrium-Batterie, die dann E-Autos noch einmal um 20 Prozent billiger machen dürfte. Mit Batterien hat auch die Erfolgsgeschichte von BYD begonnen. Die 1995 gegründete Firma ist einer der größten Hersteller von Handy-Akkus. 2005 hat BYD dann begonnen, um die Akkus herum Autos zu bauen. Der chinesische Erfolg hat aber einen weiteren, sehr speziellen Grund. Massive staatliche Geldspritzen. Die Weltmärkte werden mit billigeren chinesischen Elektroautos überschwemmt. Der Preis für diese Autos wird durch riesige staatliche Subventionen künstlich gedrückt. 57 Milliarden US-Dollar soll China zwischen 2016 und 2022 in die E-Auto-Industrie gesteckt haben. Damit wurde der Wettbewerb massiv verzerrt. Wenn man mehr Geld in ihre Autos gesteckt, haben eigentlich nur die Freaks vom Getty-Treffen. Experten schätzen, dass bis 2030 jedes dritte Auto weltweit aus China kommen könnte. Daher prüft die EU gerade, ob sie die Importzölle für chinesische Autos erhöhen soll. Andererseits will Europa natürlich keinen Handelskrieg. Chinesische Gegenmaßnahmen würden nämlich Nachteile für die eigenen Produkte bedeuten, die man für den chinesischen Markt produziert. Außerdem hebt die EU schon jetzt einen Importzoll von 10% auf chinesische Autos ein. Die USA sogar 27,5%. Doch selbst wenn die EU die Zölle erhöhen sollte, ist China schon wieder einen Schritt weiter. Die Marke BYD baut gerade eine neue Fabrik in Ungarn. Und die dort produzierten Autos sind von EU-Zöllen dann gar nicht mehr betroffen. Jährlich werden nach Expertenmeinung bis zu 200.000 BYDs in Ungarn vom Band rollen. Die Präsenz Chinas am Automarkt ist auch jetzt schon spürbar. Im Dezember hat die österreichische Bundesbeschaffungs GmbH erstmals BYD auf jene Liste gesetzt, aus der Behörden beim Umstieg auf E-Autos neue Fahrzeuge wählen können. Der oberösterreichischen Landesregierung stößt das süß-sauer auf. Landeshauptmann Thomas Stelzer wollte vor kurzem, das war keine Originalaufnahme, Landeshauptmann Thomas Stelzer wollte vor kurzem 35 Dieselfahrzeuge gegen E-Autos tauschen, allerdings lieber gegen europäische Modelle. Wir halten zu jeder Zeit alle rechtlichen Vorgaben ein. Gleichzeitig nutzen wir jeden Millimeter Spielraum, um den europäischen Automotivmarkt zu stärken. Das kann ja zuunterstellt sein. Abnahmepflicht besteht keine. Der Kontrakt der Bundesbeschaffungs GmbH ist lediglich eine Rahmenvereinbarung. Und nein, bei einer Rahmenvereinbarung ist man nicht gezwungen, asiatische Nudelsuppe zu essen. Allerdings ist BYD in der gesuchten Autokategorie jener Anbieter mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis. Eine Entscheidung gegen BYD also gar nicht so einfach. Daher hat Oberösterreich eine kreative Lösung gesucht und gefunden. Die neuen Elektroautos werden jetzt nicht gekauft, sondern nur geleased. Und da sind die deutschen Hersteller unterm Strich günstiger. BYD reagierte verwundert. Die Frage ist, ob aus dieser kurzsichtigen Entscheidung der Landesregierung mögliche negative Konsequenzen für die oberösterreichische Zulieferindustrie entstehen könnten. Hm, ein Schuss vor den Vorderreifen. So oder so, die chinesischen Autos sind im Anmarsch. Ich glaube nicht, dass europäische Zölle und ein Handelsstreit mit China die Lösung sind. Es ist auch dringend notwendig, dass E-Autos die alten Verbrenner ablösen. Daher sollte die EU ihrerseits weiter Geld in die Hand nehmen, die europäische Industrie weiter ermutigen und zum Beispiel die Entwicklung neuer Batterien fördern, die nicht auf Lithium und andere Rohstoffe aus China angewiesen sind. Am Ende wird nämlich vermutlich die Akkuforschung das Match entscheiden. Ja, es ist noch vieles möglich, das ist die gute Nachricht. Die weniger gute, das wissen die Chinesen natürlich auch. Applaudissements 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 Applaudissements